so hallo wir machen weiter beim dritten versuch von dieser wunderschönen ich glaube das ist einfach ja dass so viele herauskommen das ist kein stachelraum mit dem ich starten möchte das ist durchaus ein stachelraum mit dem man starten kann ich wollte gerade sagen das geht schief wenn er da rein fliegt aber ich glaube das hätte ich nicht verhindern können gut da ich die bombe wieder kriege kann ich auch versuchen hier zu sprengen und gucken ich meine ich wusste jetzt noch nicht ob da unten raum auftaucht oder nicht aber wie gesagt da ich die bombe wieder kriege war es einfach nur ein ich guck halt mal bevor ich in den nächsten raum gehen armee wieder dumm hier man verliert die hat schon recht schnell die viecher das muss man sagen also ich bin immer noch irritiert wie der pokéball funktioniert nach wie vor ich dachte da funktioniert völlig anders habe ich das sage ich jetzt zum dritten mal im dritten part im dritten versuch aber ja es ist daran sieht man vielleicht wie sehr es mich irritiert dass der pokéball ganz anders funktioniert als ich in erinnerung hatte aber er funktioniert besser also aus meiner sicht ist es ja da haben sich alle verabschiedet wir haben nur noch einen kollegen schade kommt gute pille ach ich habe kein glück mit diesen spezial geheimräumen mehr blauer stein irgendwo meistens ist bei denen blauer stein aber diesmal nicht schade sehr sehr schade der match ab ist aber auch wenn es nur es ist nicht es ist kein dauerhaftes der match ab es ist so ein du kriegst manchmal der match ab also die bessere der match abs abflug ach ja oh ja gut gehen wir mal da rein ob das war doch schon mal sinnvoll das ist auch sehr gut abends lockert ist schön ja perfekt das war ein auf jeden fall sinnvoller besuch ok ich würde gern mit dem typ handeln ich hoffe jetzt oh gott können die mir die fässer zersprengen macht das mal bitte nicht kollege kannst du die fässer zersprengen ich scheinbar nicht die reagieren nicht auf ihn ok die fässer reagieren nicht auf gut dann kann ich hier ganz vorsichtig ganz vorsichtig einmal hier rum ich weiß ich kann dich verschieben ich werde dir auch gleich verschieben das sind genau die die ich verschieben kann so mach dich mal hier weg bevor der irgendwas spawnt oh gott ne ich will wenn deine bombe spawnt dann komm ich da nicht raus wollt die erst weg haben so raus mit dir sehr schön und du jetzt auch raus tschüss so und jetzt einmal hier weg mit euch oh ich hätte sie da runter okay ich hätte sie hier runter schieben können wegen der einen münze ja komm habt ja recht komm gib mir ein hp ab hp ab hp ab hp ab ist dein ernst jetzt ne na gut kein hp ab für mich aber ich muss sowas wie feuer muss ich sofort zerstören weil da meine viecher reingehen wenn ich pech habe ok aber ich habe noch gar nicht alle erledigt oh ich habe nur noch einen kollegen ja siehst du weil die alle im feuer gelandet sind ne weil sie doof sind mist so jetzt aber shopping okay das ist diese komische komische seife aber die ist glaube ich ein spacebar item weil ich die hatte ich in dem anderen in dem anderen ran hatte ich die da habe ich die so geworfen die nehme ich jetzt lieber nicht mit in dem richtigen waren wenn man es irgendwann mal ausprobieren aber jetzt nehmen wir es ja noch nicht mit aber die taucht recht oft auf also die scheint jetzt nicht so selten zu sein nicht dass ihr mit sagt oh mein gott du hast die nicht mitgenommen dies voll selten nimm die mit du doof kopf und so aber dann ist es halt so ich will ja meinen pokéball behalten ich glaube der pokéball ist da schon was auch immer sie macht der pokéball ist glaube ich schon besser der darf mich nicht treffen der macht ein ganzes herz schaden gut aber das geklärt so blauer stein nö ok weiter ok cool einfach einfach münzen einfach münzen nehmen wir mit und hier geht es dann richtung bossy oh boy der hätte mich alter wie ich einfach nicht ausweichen kann der hätte mich fast erwischt ok so wir versuchen ne hier brauchen wir gar nicht sprengen versuchen eine möglichkeit wäre da und wir haben sieben bomben ich mache zwei versuche ich probiere es einmal hier und hier ok so blaue spinnen passt so dann jetzt machen wir mal vorher den nee den starker machen wir nachher aber den anderen den anderen geheimraum können wir noch machen hier würde passen ja hier würde passen ok jetzt wird es natürlich wieder kritisch ihr wisst dass ich sie probieren muss ich bin einfach viel zu neugierig ok die ist ok und wenn ich jetzt die wenn das jetzt eine gute ist habe ich zwei davon die möchte ich dann lieber doch nicht zweimal ausnutzen äh ne dann nehme ich lieber die mit ok gehen wir bossy gehen wir bossy und dann gucken wir mal im moment 100 prozent chance satan deal wenn ich jetzt nicht meine herzen verliere bleiben sie auch also sobald ich so lange ich meine roten herzen behalte behalte ich diese chance das wäre ganz gut oh der ist cool der macht cool nein 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 der macht coole sachen ja so zum beispiel speed und shot ab so jetzt guck mal jetzt haben wir wir haben jetzt eine chance von 36,3 prozent engelraum jetzt gehe ich hier rein und jetzt reduziert sie sich auf 16,3 prozent also ist es jetzt ich habe jetzt mal versucht genau drauf zu achten ich meine ich nehme jetzt keinen deal ne aber ich habe doch trotzdem jetzt die chance auf den deal verringert auf den angel oder bin ich komplett doof ich hätte doch sonst vollen angel deal chance gehabt und kein satan deal oder wenn ich nicht reingehe in dem moment wo ich reingegangen bin sind doch die prozente gewechselt oder hat es irgendein andere bewandtnis bitte klärt mich auf ich weiß es nicht vielleicht ist es auch nur für die ebene und hat mit der nächsten ebene nichts zu tun kann ja auch sein dass es dann für jede ebene neu berechnet wird und es einfach nur darum geht ob ich hier einen deal gemacht habe oder nicht für die nächste ebene ich bin mir ich weiß es wirklich nicht also ne weiß es mir nicht böse wenn ich es nicht weiß so was haben wir hier nice nicht nice geht weg geht weg geht weg oh der große ist kaputt warum muss der große sterben oh nice da freue ich mich da spreng ich da da teleportiere ich mich doch direkt raus oh in den guten raum ich hätte den gar nicht mehr besucht ne ich hätte den raum jetzt gar nicht mehr besucht oh mein gott wenn ich den raum nicht besucht hätte yo ich wäre jetzt echt nicht mehr hoch gegangen da seht ihr wie wichtig es ist dass man die räume durchläuft da seht ihr oh mein gott wenn ich den nicht besucht hätte oh mein gott sehr gut sehr gut es ist so wichtig alle räume zu besuchen es ist so wichtig es kann halt genau so was sein yo insane insane so was haben wir jetzt an chance jetzt haben wir plus 16,9 für beide vielleicht wäre es auch so geblieben kann ja sein ne ich hab nix ich weiß es nicht ok raus 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 bevor hier irgendwer in die luft fliegt da spielen wir jetzt bis ich 15 münzen habe ich hoffe auf pretty flies gut hat sich erledigt mit den pretty flies das ist gut 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 okay die am rand sind nicht meine die andere ist meine die die schießt ist nicht meine jo aber man sieht halt nicht ob da trollbomben und so rauskommen manchmal ne dann wird man einfach in die luft gejagt es geht so schnell wenn man vor lauter viechern sieht man halt dann nix mehr das ist das ist der nachteil oh geil wir haben den typ dabei sehr coole sache ne das machen wir nicht wobei ich jetzt ziemlich viel opfern könnte eigentlich könnten wir mal probieren okay ich geh einfach durch könnten wir mal probieren eigentlich oder ne lieber nicht lieber nicht ich glaub der geht erst auf die blauen herzen die will ich eigentlich jetzt nicht verlieren okay so hier ist sonst nix weiter an blauen steinen ne ich seh nix weiter im programm wenn wir so zum boss jetzt kommen würden wärs cool weil wir grad richtig viele Viecher haben wäre ich sehr dafür und nein der raum wird wieder ein paar vier jetzt ich sehe wo bin ich denn ich wir sehen wie da bin ich ja das meinte ich ich hab ich hab das so viel verloren weil sie einfach in die luft gejagt habe was willst du tun so hier könnte was sein hier könnte was sein dann halt nicht dann halt nicht was will man tun so 16 prozent chance oh ne mit trollbomben arbeitet der ja das war's das sind meine Viecher dann sind die gleich weg oh der 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 brimstone geist hat böse reingehauen so wenn ich jetzt rein gehe verändere ich jetzt die chance oder nicht ich gehe rein ich probiere es aus jetzt hat sich nichts verändert jetzt habe ich ein buch habe ich in dem rand schon ein buch gekauft ich kann mich nicht erinnern ne das war der andere ran mit dem buch ne ich kaufe jetzt kein buch für ein herz das war wirklich nett aber wirklich nicht ne und jetzt ist jetzt ist beides auf null prozent aber das ist wahrscheinlich für den für diese ebene und die nächste ebene ist dann wieder anders wahrscheinlich funktioniert es so keine ahnung okay wir gehen weiter oder wir haben noch nicht den shop ne wir haben ja ich muss noch den shop und ich guck mal jetzt bin ich schon wieder so dass ich sagt wir gehen weiter und vorne habe ich noch gesagt ja man muss jeden raum abgucken weil halt genau solche sachen passieren können dass man irgendwo eine coole sache hat und dann nimmt man es nicht mit weil man doof ist das ist ja genau der pro mein gott der brimstone geist ist so nice ok da ist schon der shop da gibt es die große pille das ist alles nix gescheites nehmen wir das säckchen mit und dann gehen wir ja das ist ok und noch ein schlüssel ist in ordnung mehr mache ich jetzt nicht aber ich könnte noch hier oben kann ich in den reingehen in den raum und das zu na der ist glaube ich zu ah nee der ist offen was ist da drin ne ah da ist noch ein raum ja komm jetzt gehen wir auch alle räume ab ist nur noch der eine raum der wird jetzt auch nicht so böse sein ne passt oh nice noch ein blaues herz sehr schön bei so viel blauen herzen wird es mich fast reizen den den opfer raum zu machen aber nein 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 mich nicht in der challenge lieber nicht lieber nicht geht alles nur schief muss ich jetzt nicht haben wir gehen weiter die blauen herzen sind halt awesome und die viecher die wir gerade dabei haben auch immer direkt hier rein ärgern uns direkt weil es doof war und jetzt muss ich hier schnell die feuer ausmalen ich renne einfach raus ich renne einfach raus so ist besser oh nein explosion ich glaub es hat nicht so viel hat es naja es hat ein paar ja zwei äh ich hab nur noch zwei oh der ist der ist cool der ist cool ich hoffe der geht so schnell nicht kaputt ich hoffe der geht so schnell nicht kaputt der ist super der ist super sehr guter raum aber erstmal das feuer erledigen das hier keiner hier noch in feuer rein rennt so es ist das alles macht der schild ne äh äh ha hat funktioniert dann kann ich nämlich bei dem boss resistance einsetzen und nochmal resistance mitnehmen ja da ist auch schon der boss sehr gut dann gehen wir da gleich rein aua irgendwas hat mich getroffen haben wir alle gegen ja wir haben alle gegner dann einmal bossy erstmal shoppy äh erstmal bombi da ist sie oh gott schlechter raum aber ich muss hier gucken ich muss in die truhen gucken ich muss in die truhen gucken es tut mir leid oh gott liebe kollegen es tut mir leid bitte rennt nicht ins feuer rein bitte rennt nicht ins feuer rein bitte rennt nicht in die explosion rein ach ich bin doof hätte ich das ne da unten ist das fass zum sprengen da unten ist das andere fass zum sprengen ich muss erst die 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 feuer weg machen und dann das fass da unten kann ich benutzen um die die hier zu sprengen ich hab's gesehen ich hab's gesehen ich nutze das gleich keine sorge nutze das gleich ich muss nur erst mich um die feuer kümmern ich bin mir noch nicht sicher ob die nicht so jetzt schiebe ich das ach das kann ich nicht schieben dann halt andersrum dann schiebe ich halt die dinger dahin aber das ist ein raum da wird man hektisch da wird man sehr schnell sehr hektisch so so aber jetzt müssen die da weg die müssen da weg komm zu mir geht da weg ok jetzt schnell nice dem moon setzen wir doch dem moon gleich ein ach ne ich bin ja im geheimen wobei dann geht da nicht vielleicht im anderen geheimen raum wir probieren es aus yes yes sir sehr schön der war da oben ok alles klar gut dann holen wir uns elgis setzen elgis beim boss ein und freuen uns zu der dinge oh ja das ist sogar gut gegen den dann kann der michael gornix stabiler kampf mit engel raum belohnung und tiers ab und blauem herzen ja gut machen wir halt noch ein rotes herz draus jetzt ist die frage ich würde schon die key pieces mitnehmen weil die key pieces erhöhen glaube ich auch die chance auf den engel raum wenn ich das jetzt richtig verstanden habe na also gehen wir hier mal schnell durch den kollegen durch und nehmen wir das key piece 1 mit also das key piece 2 auch in ordnung und das erhöht aber meine chance auf den engel raum für die nächsten ebnen wenn ich es richtig verstanden habe wenn ich es falsch verstanden habe so möge man mich steinigen nein bitte nicht möchte ich dann doch nicht so ok besuchen wir noch den shop mit 67 müh mit 67 münzen ist das sicherlich eine ganz gute ausgangslage um ein bisschen handel zu betreiben der kann jetzt ja auch nicht so weit weg sein wir haben ja die ganze Ebene eigentlich schon weggefrühstift wird auch gut geschmeckt ok schön ach komm schon wie viel ist es jetzt noch bis zum shop wie viele meter sind wir schon da habe ich ihn jetzt nein aber jetzt habe ich ihn oh ich sehe ich sehe ich sehe einen stein achso ja na gut ne ja das ist jetzt doof aber wenn ich getroffen hätte dann weiß ich zumindest das ist nicht so schlimm hell oh was bist du denn seems magic nose goblin ich bleib lieber bei dem kollegen ja gut das das spoilert mir den nächsten ja nee das ist schwachsinn brauchen wir jetzt echt nicht mitnehmen ja lol ja wobei ist ja cool stimmt hier so zack ab dafür warum nicht so aber das ist kein schöner raum ich mag den nicht das ist so einer der nervigsten räume gut ok waren das piercing shots ich bin mir nicht sicher könnte es sein ok da gehen wir schnell oh nein die stacheln die stacheln die stacheln die stacheln geht da nicht rein oh Freunde wo sind wir denn jetzt gelandet ach aber gut dann habe ich hier ja zurecht die blauen herzen noch rumfliegen ne ist doch auch schön schnell hier raus schnell hier raus gar nicht in die stacheln rein aber ich glaube die schweben eh alle dann ist das egal na gut ach ich hab wieder ich hab wieder geworfen bin rausgegangen mhm dumm blöd was solls also energietechnisch sind wir diesmal voll gut dabei da kann man nix sagen damit bin ich noch nicht so ganz einverstanden mit aber wir sind auf einem guten Weg und wir haben noch vielleicht zwei enge hä wo was ich geh jetzt nicht mehr zurück und hol mir ein blaues herz aber wo bin ich gerade rein gerannt hä kann mir jemand erzählen was mich trifft gerade cause i don't know also wo bin ich denn jetzt gerade rein gerannt zweimal das war ja richtig weird da war doch nix hä der raum war doch gecleared da war doch nix wo habe ich denn zweimal schaden genommen an der luft hä hä kann mich jemand aufklären was ich falsch gemacht habe da war doch effektiv nix das war ja ganz merkwürdig ok das war ja richtig strange gerade na gut wir würden wieder in den shop gerne blöder raum ich geh erstmal raus da ist das wenn ich da nicht durch muss wäre ich happy also wenn ich durch den raum nicht durch müsste nachher wäre ich echt happy oh das auge ist cool oh nein ich muss durch den raum nicht durch ich muss durch den raum nicht durch wer hätte auch was anderes erwartet na ganz ehrlich scheiße und das im dunkeln oh ich will noch nie ja ich verliere halt jetzt hier meine viecher na ich muss in der mitte stoppen jetzt schnell durch schnell durch schnell durch ok wir müssen wieder in den raum rein gute sache ok ich sehe halt nix curse of darkness ist halt auch noch aktiv bisschen doof aber was solls so oh der kollege der ist böse also wenn er gegen einen selbst ist ist er böse was ist das sind die von mir die stacheldinger ja wahrscheinlich die kommen von dem Typen also da kann ich glaube ich reinlaufen so was haben wir hier steintechnisch nix 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 schade ok phd ist natürlich awesome kann ich jetzt so klein werden dass dieser andere effekt los geht zufällig also kann ich mit one makes you small so klein werden dass ich von selbst diesen effekt aktiviere dass mich nix mehr treffen kann das wäre auch cool den wir da mit diesem komischen uranus item oder was das war mit diesem planeten item hatten das wäre auch cool aber das testen wir lieber nicht ne was ist hier drin äh sieben schlüssel wir könnten es probieren es ist kein so schlimmer raum wir haben wir gehen das mal zum boss wir gehen das mal boss gucken und dann vielleicht vielleicht entscheiden wir uns dann noch dafür ich mach mal die feuer weg falls dann nachher ein viech von mir reinrennen sollte das wäre nicht so cool also erstmal den boss auf bevor wir uns die ganze energie noch oh ne oh ne ich ich sehe viel zu wenig in diesem blöden ja mist schon ein hit schon ein hit kassiert ok hier ist nix hier ist nix hoch gehen wir mal nach oben geht es zumindest schon mal weiter oh mein gott ok das waren alle oh nein hier geht es nicht weiter wir sind hier falsch das ist doch kacke oh boy joker bin ganz ehrlich mit so viel herzen die wir haben wäre dann trotzdem auch ein deal beim satan natürlich eine interessante geschichte wir gucken mal was das so für uns hat ach so das ist jetzt hier das beste oh mein gott äh ich muss mal kurz bisschen gucken ich muss mal kurz bisschen items nachgucken also die 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 dings ist mir klar wenn ich getroffen werde lädt mein dings auf das wäre eigentlich ganz cool aber ich will ja eigentlich nicht getroffen werden aber ich könnte praktisch mit jedem treffer wahrscheinlich dann ein pokéball werfen aber wie gesagt das glaube ich nützt mir nicht allzu viel ähm flight plus spektral tränen ist das untere unten links ist fliegen und spektral tränen nicht schlecht nicht schlecht ich meine halo ist auch klar all stats up im moment würde ich fast für halo gehen bin ich ganz ehrlich äh und was war das unten rechts wo ist das item unten rechts das ist das ist ah nee das ist glaube ich eins von den neun oder ich glaube das ist eins von den neun bin mir nicht sicher oder von after birth lass mich mal kurz zu after birth gucken er ist von after birth ach das waren die 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 familie die harbinger familie die da reinkommen eigentlich auch nicht schlecht ey das ist jetzt echt schwierig ne fliegen wäre eigentlich cool der match abwehr aber auch cool und vor allem halo macht halt alles ab oh gott was ist denn jetzt hier das beste ich würde echt ich gehe für halo ich glaube ich gehe für halo was hättet ihr genommen sagt mal ich gehe für halo ich gehe für halo und dann gehe ich für ihn wieder ja natürlich ja natürlich räumt er jetzt hier ab ist mir schon klar aber ich will das zweite key piece nicht weil ich zu mega satan möchte sondern weil es nochmal den die chance auf den angel die erhöhen dürfte und wir haben ja noch einen raum es kann ja im wohn kann ja auch zeug auftauchen also ich will ja die chance für angel deals erhöhen insofern denke ich war das schon okay wir haben zwar jetzt alle viecher verloren aber oh das ist natürlich nice der kollege ist nice ja husten wir erstmal ein bisschen sehr gut schön gehustet so dann können wir jetzt für boss gehen und jetzt brauchen wir uns auch gar nicht mehr drum kümmern dass wir noch einen deal bekommen weil den deal hatten wir gerade und da ist der boss auch es wäre schön wir kommen hier durch ohne meine viecher zu ver- oh die viecher die stacheln bleiben dann gehen wir direkt einfach rein ok die viecher ah die sind halt jetzt im dunkeln nervig ok alles klar ach geh weg ja die schießen sich gegenseitig ab scheinbar null jetzt ist nur noch einer da das ist gut der kann jetzt auch nichts mehr hab ich gerade ein glück dass ich klein bin oh mein gott und hp plus luck up sehr schön nehmen wir auch noch mit wow wir haben jeden raum gesehen ja dann können wir auch einfach rausgehen fliegen wäre auch schon cool gewesen na also ich will gar nicht sagen dass fliegen nicht cool gewesen wäre aber bei all stats up bin ich halt so weiß ich nicht weiß ich nicht curse of the lost ok das ist in ordnung dann seh ich halt die karte nicht das ist nicht so schlimm so macht euch mal weg hier was ist mit denen da die hängen irgendwo fest also so viele steine aber ich seh kein x guck ja schon nach x überall aber ich seh kein x ich muss jetzt mal hier in diese matsche brühe rein die macht zum glück keinen schaden das ist einfach nur matsche brühe ne ich seh kein x dann werde ich auch jetzt nicht die münze hier freisprengen oh nice mehr fliegen für mich die räumen jetzt gut ab die fliegen sehr schön sehr gut ok hier geht es nicht weiter shop wäre halt noch cool vorher bevor wir zum boss kommen der shop wäre eine geschicht oh da ist ein stein sehr schön ah da ist der stachelraum sehe ich gerade oh cool nicht so cool komm schon können ja nur gute pilze sein ja nice noch smaller jetzt bin ich doch wirklich so small wie in der situation wo ich nicht getroffen werden konnte oder ich würde es jetzt soll ich einmal versuchen ob ich getroffen werden kann ne ich probiere es lieber nicht ich werde es ja von selber feststellen ich meine ich renne eh in Schüsse rein wenn ich da nicht getroffen werde dann stelle ich fest okay cool aber extra ausprobieren muss man es dann auch nicht jetzt habe ich so ein hufeisen eigentlich brauche ich den locket von marmits auch nein ich nehme ihn mal mit man weiß ja ich glaube das einzige was ich auf jeden fall mitnehmen würde anstelle oh gott das einzige was ich stattdessen mitnehmen würde wäre cancer cancer würde ich immer mitnehmen krebs ist gut als habe ich so ein rotener hart aber da blaue herzen davor sind wird der effekt nicht ausgelöst habe ich auch schon verstanden mittlerweile ansonsten würde ich für jeden besiegten gegner glaube ich dings bekommen eine fliege aber solange blaue herzen davor sind löst es das roten hart nicht aus aua klaut mir nicht meine münzen ihr frechdachse du bist gemeint du bist gemeint okay oh der blitz typ ist geil ich hoffe den behalten wir eine weile da wäre ich sehr dafür äh den laser typ meine ich halt hat der kapuze typ ist auch cool ich hoffe den behalten wir auch eine weile alter wie viel zeug ich hier ich sehe mich nicht mehr oha ja wie sie einfach rein rennen in die typen da ist es schon cool ja ich glaube die haben haben wir gerade alle die haben alle erledigt ist hier irgendwie oh mein gott dieser sound wenn die fliegen kommen ich habe gar keine zeit zu gucken hier nach irgendwelchen herzen weil es so schnell alter diese fliegen oh das ist furchtbar es ist gut aber gleichzeitig ist es furchtbar oh nein das sind stacheln raus hier raus hier gleich raus hier shop ich weiß dass da eine trufe übrigens gespawnt ist im letzten raum aber ich bin ganz ehrlich bevor ich mein zeug an den stacheln verliere ich weiß nicht mehr wo ich bin da bin ich ah ja ja den frühstücken wir mal weg hehehehe alter es ist monster overload ich sehe ich sehe nichts mehr ich weiß nicht wo ich bin oh mein gott dieser sound leute ich mach den sound gleich aus oh ist das furchtbar oh ist das furchtbar oh gott ganz schnell zu marmen alter ich sehe nichts mehr alter ich ich sehe nicht es ist es ist es ist gut weil sie einfach alles weg frühstücken aber ich sehe ich bekomme nichts mehr mit ich weiß nicht wo ich bin irgendwo schieße ich irgendwo schieße ich ich bin raus gelaufen alles ist furchtbar alles ist furchtbar ok da ist die mom ich bin gespannt wie schnell mom jetzt down geht alles klar mom ich sehe nichts habe ich das polaroid ich habe das polaroid da ist ein satan raum das nehmen wir mit und money ist gleich power kann man eigentlich auch mitnehmen wir haben nämlich richtig viel kohle ich habe nicht vor kohle zu verlieren soll sie noch irgendwo ein stein ich sehe ich erkenne nichts mehr ich hoffe ich kann damit einfach jetzt durch racen das wäre super cool es tut mega in den ohren weh aber genauso effektiv ist es gegen die gegner alter wie viele es einfach werden es ist oh gott es ist so unangenehm aber es ist auch so gut oh ne geht weg von mir haben wir den raum schon geschafft ja ne ok weiter alter wo ist der gegner ich habe keine ahnung da ist er ich kriege den jetzt weg der geht nicht auf weil der die ganze zeit getroffen wird ne der geht nicht weg ich habe meine wo bin ich der geht nicht weg ich wurde getroffen ich weiß nicht wo ich bin ich wurde wieder getroffen ich spreng mich raus ich habe mich nicht raussprengen können weil die bombe verschoben wurde die bombe wurde wieder verschoben ich kann mich nicht raussprengen wo ist der gegner ich wurde wieder getroffen der gegner geht nicht auf so das ist das problem jetzt ist die tür offen raus hier ich weiß nicht wo ich bin oh mein gott war das ein furchtbarer raum ok wir konnten hier durch sehr gut wurde getroffen da ist ein herz herz mitnehmen ok die türen sind offen wir haben den raum alter wie viele oh mein gott es oh mein gott ok schnell das herz hier oben holen irgendwo war hier ein herz dachte ich hier liegt irgendwo ein herz rum ich sehe es nicht jetzt habe ich es wo bin ich hier unten oh fuck me alter boss raum nice raus hier raus hier irgendwo liegt ein schlüssel ist mir egal raus erledigt ihn erledigt bloat ich sehe nichts bloat lebt noch ne bloat lebt nicht mehr ich habe einen bloat als dings hier sei es und range ab ich weiß nicht wo ich bin hier bin ich da liegt noch ein herz ich habe das herz alters leckt alles na holy shit es leckt einfach alles bruder Mist ich bin getroffen wurde getroffen keine Ahnung was das für Viecher sind hauptsache sie werden erledigt ich muss aber echt auf die energie achten ne aber hier ich kann im moment in dem letzten raum liegt irgendwo ein herz aber ich weiß ok hier kann ich mich glaube ich zurück halten ja ja oh oh boss 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 ok boss gehen wir rein ich habe zwar nicht volle energie aber gehen wir rein ich erledige mich ich erledige die augen außenrum die erledigen den rest hoffentlich sieht gut aus ja das war sehr schön da ist mein herz ok kathedrale einfach direkt weiter in die kathedrale alter schwede das ist ja nicht mehr normal so schnell zu eisig ich will hier raus da ist nicht eisig aber ich muss hier weiter laufen ich muss hier gucken das problem ist jetzt laufen die die stacheln nein die gehen auch nicht in die stacheln ist hier irgendwo ein blauer stein ne aber den raum haben wir geschafft alle die sie fliegen ne es sind super gut dass sie da sind weil sie halt einfach alles alles hier ratzeputz erledigen ich guck kurz nach steinen ich sehe keine steine weiter schlechter raum ich habe einen schlüssel gespawnt keine ahnung weiter raus hier nicht ins feuer gehen bitte nicht in die pille gehen bitte weiter nach oben ich sehe nichts mehr ich weiß nicht wo ich ich habe keine ahnung ich versuche in die tür oben zu kommen ich habe die tür erreicht Lichtaugen kaputt machen Lichtaugen sind kaputt durch die tür es geht immer noch weiter haben wir den raum wir haben den raum weiter jetzt habe ich eingesammelt ok weiter ok da kann ich rein da ist sogar ein blauer stein dabei ok lasst ihr mich bitte diesen blauen stein sprengen danke hp ab nice weiter nach oben kein guter raum irgendwie hat es jetzt ganz schön viele gegner ganz schön viele von mir erledigt ist aber ok kann ich mit leben alter die fliegen sind weg ne ich weiß nicht was passiert ist aber die fliegen sind weg aber ich meine solange der typ zum beispiel da ist p boss raum gefunden noch irgendwelche steine oder so zum gucken ich kann nochmal versuchen hier den geheimraum zu öffnen nice nehmen wir mit abflug algis los abflug einfach drauf einfach drauf einfach drauf einfach drauf ich habe immer noch algis schild ist immer noch aktiv ok bisschen normal kämpfen muss ich noch schauen wir mal ich habe ganz schön viele viecher verloren da muss man mal sagen uiuiui also bisschen was muss ich noch tun bisschen was muss ich noch tun es ist noch nicht geschenkt der sieg bisschen was muss ich noch tun ich dachte echt ich gehe mit den fliegen rein und die fliegen machen das aber die fliegen habe ich aus irgendeinem grund unterwegs verloren ist aber ok ok ja das war es gleich was für ein verrückter waren wieder aber that's it ciao gecharged key has appeared in the basement ok es ist ein schlüssel der gleichzeitig die dings auflädt vielleicht so eine art elektroschlüssel danke fürs zuschauen das war wildaufschluss zuwider die fliegen waren super wild das hat mega in den ohren weh getan viel spaß nachträglich alter insane danke fürs zuschauen und tschüss und tschüss